Wo ist jetzt die große Verteidigung? Hier sollte sie doch sein! Wir sind allein. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich besorge uns ein intaktes Funkgerät. Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, würde ich Zeit haben, über alles nachzudenken, die Lage zu bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Achtung, Achtung! Alle Truppen, die den Fluss noch nicht überquert haben, müssen den Rückzug mit allen Mitteln sichern. Lasst uns niemanden auf die Brücke! Alle Kette in die Brücke! Der Cathedral ist umgekehrt. Lower your weapon! You cannot win this fight! Für Deutschland! Wir sind hier aus Deutschland für mein Leben! Verflucht! Verflucht! Sind Sie verrückt? Wieder schnell! Ruhe! Alle! In Bewegung bleiben oder Deckung suchen! Hilfe! Weiter so! Volltreffer! Der macht keinen Wunsch mehr! Sie dürfen nicht zurückschießen! Alles erledigt! Alles erledigt! Der Schuss ist abgeprallt. Peter! Wir sind in der Unterzahl! Wir können nicht gewinnen! Halt's Maul, Verräter! Wir dürfen uns nicht ergeben! Wir müssen kämpfen! Das Ziel ist erledigt! Der Schuss ist weg! 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 Alles klar, wir können los! Passen Sie auf, wo Sie hinfahren, um Kerns! Tut mir leid, ziemlich unsicher! Sherman-Panzer! . . Untertitelung des ZDF, 2020 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 中 Ich weiß, er war ihr Freund, aber er ist desertiert. Gemeindempsidiger stärker, richtig? Die Schwachen überleben mich. Es waren doch ihre Worte, oder? Nein, schießt! War das nicht so? Just give up, dammit! Ich bin wieder von der Schicklau! Sie sind hier zurück in den Panzer steigend! Untertitelung des ZDF, 2020 Nein! Untertitelung des ZDF, 2020